Das ist eine gute Frage, Teufel, das weiß ich gerade gar nicht. Kann man Emotes bei YouTube erst hinzufügen, wenn man Mitgliedschaft aktivieren kann? Das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ich würde aber glauben, ich würde sagen, ja. Ich habe das nämlich noch nicht so lange. Ich glaube, das geht erst bei Kanalmitgliedschaft. Ja, ich glaube schon. Ey, was knillt denn hier so? Hallo. Hallo, ich will jetzt die 100% haben. Auf 100 zu kommen ist schon stramm. Aber ist auch okay. Kann ja auch nicht immer alles so leicht sein. Ab wie viel Abos kann man denn die Mitgliedschaft aktivieren? Ab 500 Abonnenten und 300.000. 300.000. 500 Abonnenten und 3000 Watchtime im Jahr. Also im letzten Jahr. Also von jetzt an ein Jahr zurück. Und man kann tatsächlich auch Kanalmitgliedschaft verschenken. Zehnmal im Monat. Man zahlt dafür nichts, man kriegt dafür aber auch nichts. Aber man kann sie verschenken. Das ist so als Werbung gedacht. Und das hattest du ja letzten Monat oder Anfang diesem Monat bekommen. Da hatte ich wieder welchen verschenkt und dann warst du ja ausgewählt tatsächlich. Das ist aber random von Twitch. Äh, von TikTok. Mein. Von YouTube ausgewählt. Fand ich cool, dass ich dich da überstattet. Junge. Wie lange dauert das denn jetzt hier? Ich weiß, ich glaube an den Abos liebts manchmal gar nicht. Bei mir lag letztendlich so ein bisschen auch an der Watchtime. Das ist ja auch für die Werbeeinnahmen dann, ne? Die Werbung kannst du ja entscheiden, wenn du 1000 Abonnenten hast und 4000 Stunden Watchtime die letzten 365 Tage. Das war bei mir sehr eng gewesen, immer mit diesen 4000. Aber das ist mittlerweile kein Problem mehr. Aber halt die 1000. YouTube ist sehr, sehr schwer. YouTube ist mit der die schwerste Plattform, finde ich. Aber Follower zu generieren. Oh, was ist denn jetzt hier mit 100% Mann? Das Loch ist gleich weg. Oh, was ist denn jetzt hier mit 100% Mann? Das Loch ist gleich weg. Auf Twitch, da musst du 50 Follower haben. Drei Zuschauer im Schnitt. Also 50 Follower allgemein. Drei Zuschauer im Schnitt in den letzten vier Wochen. Sieben mal Stream. In den letzten vier Wochen. Innerhalb von vier Wochen brauchst du einen Zuschauerschnitt von drei, plus sieben Streams, plus 50 Follower. War es noch irgendwas? Ne. Auf jeden Fall deutlich einfacher. Donnerwetter, die so 100% sind aber schon ganz schön heavy. Streamst du da auch? Regelmäßig, oder? Warte mal, ich guck mal gerade ganz kurz, ob wir den Zaun... Reiße den alten Holzzaun ab. Was ist denn nun los? Junge, er hat einen Knick. Scheiße. Er hat sich voll das Rückgrat gebrochen, gerade beim Laptop öffnen. Hallo. Oh ne, was ist denn das für ein Scheiß? Oh ne. Kein Wunder, da acht Stunden flexen. Ja, eigentlich der ist er. Okay, dann machen wir das natürlich auch noch schnell. Ja, derzeit aber über YouTube, weil ich habe auf Twitch sehr sehr oft gestreamt. Und, jo. Weißt du nicht, folgst du mir auf Twitch? Sonst könnte ich da auch mal zurück folgen dann, wenn ich wüsste, wenn ich weiß, wie die da ist. Oh Junge, das ist so komisch jetzt. Kopf-Phantom. Ohne Gaming. Ne, Ausrufezeichen geht leider nicht bei YouTube. YouTube hat leider nicht die Funktion von Kurzbefehlen. Musst du aber gucken, da gibt es einmal Kopf-Phantom-TV und einmal Kopf-Phantom. Kannst natürlich gerne beiden folgen. TV ist halt nur der Wiederholungskanal. Was ist denn so ein Ding hier? So ein Zaun reißt du doch nicht mit der Flex ab, Mann. So eine Kreissäge. Uh du Momento. 好. Oh. Er rennt auch nicht mehr. Achso, weil ich noch in der Hocke bin, warum rennt der nicht mehr? Jetzt ist der da wirklich gekrochen. Wenn er es an der Siedlung. Na guck mal, jetzt zirbel ich mir jetzt noch hinter den Binsen hier und den soll ich verarmt. Jetzt ist der Boden los heute. Hatte ich ja gestern gesagt, heute ein kleines bisschen länger. Wenn ich den Zaun jetzt abgerissen habe, ich reiße von mir aus auch gerne nach unten ab. Der muss das aber lücken hier. Hi, ich bin's, der gute und wahre Teufel von YouTube. Teufel, grüß dich. Bei Twitch. Boah, komm, ich helfe dir, Zaun. Oha, was hat er denn vor? Dann kann ich ja gehen. Jetzt da ist der Teufel. Wer, da ist der Teufel. Dann kann ich ja gehen. Jetzt da ist der Teufel. Dann kann ich ja gehen. Dann kann ich ja sein. Genau, du bist ja Dämonen eigentlich, aber wisst ihr euch, oh der Zaun ist einfach weg Müsst ihr euch eigentlich perfekt verstehen Oder verstehen sich Dämonen Teufel nicht Junge, wann ist denn für ihn fertig? Heidenei Wolfel, vielen lieben Dank für deinen Follow Danke, danke, danke Okay, das hat noch nicht ganz gereicht Junge, was ist denn mit dem Zaun? Die verschwinden andauernd im Boden Ist ja bodenlos Ey So kriege ich das doch niemals hin Oh ne Äh Ein richtiger Teufelsschüssiger Ich will flex halt den Boden Ah, Zaunabriss ist erledigt Sehr gut Reiß die Hüte ab So, die hier nur noch Und dann ist es Gut Dann schade auf die 100% Dürfen Sein He substitut Untertitelung. BR 2018 Dönder Wetter. Komm, scheiß drauf. Mein Rücken tut weh. Bin nach Hause. So, Dalle. Das haben wir alles. Sehr schön. Auftrag abgegeben. Wie viel Prozent haben wir? Rücken ist eh kaputt, genau. Ey, wehe, das steht jetzt 99, ne? Ey, wir haben doch 100. Will der mich verarschen? Warum hat er das nicht angezeigt? Ach, für der. Oh, ey, du fleckst dir den Arsch ab da, weißt du? Und den Rücken kaputt. Jetzt hab ich hier schon wieder so eine Wurst unterm Arscht. Ich hasse das, Mann. Ich will das nicht. Ey. Ja, und der nur 3000 bekommt, ne? Ist ein Witz. Also, für die ganzen Geräte brauchst du schon echt einiges an Geld. Das ist immer noch falsch. Ja, ich meine, ich hab da so eine Decke unterm Arsch liegen. Und wenn die sich so... Alter, 300 Millisekunden waren das gerade. Und wenn die sich so wählt, dann hab ich so eine Rolle und dann sitze ich auf so eine Rolle und das will ich nicht. Das klingt anders wild. Ja. Ich möchte keine Rolle unterm Arsch. Kein Würstchen unterm Arsch. Rohraustausch, Holzausbau, Schutt aufräumen. Das gibt alles generell sehr wenig, ne? Ja. Ich habe auch eine Wurst. Nicht die E-Teufel. Okay. Ja, ihr Lieben bei YouTube. Also, das Spiel ist schon ganz geil. Das vorhin, das war natürlich ein bisschen doof gewesen. Aber da kommt man rein, ne? Es macht Bock. Es gibt so die ein oder andere Sache. So das mit dem Zaun gerade. So ein paar kleine Fehler. Aber es läuft relativ gut. Und so an sich ist die Grafik auch erstmal okay, würde ich sagen. Hätte ein bisschen mehr erwartet. Auch von der Haptik so mit den ganzen Gerätschaften hier, mit dem Baggern und sowas, ne? Mal schauen, wie es wird, wenn wir Löcher baggern müssen. Das wird spaßig. Auf jeden Fall, wenn wir da noch ein paar Mal reingehen, einiges machen. Wir haben aber auch keine Errungenschaft bekommen heute, ne? Ne. Mal ganz kurz kacken hier. Wir gehen auf jeden Fall noch ein paar Mal rein. Ich freue mich auf jeden Fall. Spaß macht's. Außer das von vorhin. Das war jetzt hier nicht so geil. Da anderthalb Stunden oder zwei Stunden, was das waren. Aber wir sehen uns hier auf jeden Fall wieder, ihr Lieben, bei YouTube. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Aufnahme. Und zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.